Jawohl, Servus Havadere! So, die Hände gehen jetzt auf. Vielleicht hört sich schon, dann werden Hackschnitzel gekackt. Jetzt schauen wir mal hinten, was die Burschen so treiben. Jawohl, schauen wir mal, was ich aufnehmen kann. Die Burschen ist natürlich so, wie ich weiß, dass die Burschen entlang ist. Sie hat auch noch einen Burschen, der sich auf einem Ende des Abenteuer und ein bisschen nach dem Achsehaut. Das ist ein Burschen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020